Traxler, ein Spieler mit enorm viel Potenzial. Sehr, sehr jung, sehr entwicklungsfähig. Vor allen Dingen seine Stärken, sagen wir mal, im 1 gegen 1, in der Schnelligkeit. Sehr, sehr gute Spielintelligenz. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in Ihr Innenleben. Ich glaube, was gerade in mir vorgeht, das kann man mit keinen Wort in der Welt beschreiben, also es ist einfach unglaublich. Und Schalke sucht die Lücke. Traxler. Riesentor! Julian Draxler macht die Entscheidung. Da lege ich mich fest. Schaut den Weg, mit links, geht's Lange. Großes Zuspiel von Fugado, auch von Fafan. Das ist die erste Schuss und ein Traumtor von Julian Draxler. Der jüngste Mann auf dem Platz, Riesentor Schalke in Führung. 15 WARFan. 15 WARFAN. Bis zum nächsten Mal. 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 Also wir notieren die erste richtig gute Tormöglichkeit. Vielleicht kommt er ja heute nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.